hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen spielvorstellung uns auf dem kanal sofort und gleich das spiel nennt sich wandering night ich habe noch keine ahnung wie das ganze funktioniert wir müssen uns das erst mal anschauen ist so gucken wir mal wie das ding funktioniert das ist aber nicht lange es geht auch nicht also herrgleich muss ich so machen start adventure ich habe keine ahnung wie das ding hier funktioniert career level reaches level 15 career upgrade launch basket stoppt you don't deserve the reward based on your performance last time go away i'm going to start my adventure also sieht ja auf jeden fall schon mal richtig geil aus gaff and gaff does anyone need to bless blessing from the witch start adventure oh das lösen karten relic ist wow das sieht aber richtig nice aus yay wow cool das ist optisch gesehen macht das schon echt was her relic is a treasure with great power tap to check details it costs energy to use card but energy is restored icons on the head of the mobs marks their actions strategy by dragging you can use your card to make reasonable reaction to the enemy when you have no energy or card to play tap here to end your turn here are potion slots okay okay tap anywhere to continue play energy equals the number to use the card please read carefully about the card description before use there are many types of cards including attack skill talent and so on okay wow this enemy intends to attack for 12 damage okay deal 6 damage deals 3 damage and deals twice of the damage to target with negative status wenn ich schon mal sagen dann ziehe ich die mal raus und dann haue ich die mal da drauf oder? kann ich noch eine? eine karte kann ich noch ziehen ne? ich glaube die bewahre ich die bewahre ich die noch und dann ziehe ich die halt drauf jetzt kann ich nichts mehr machen oder? dann deal 8 damage apply vulnerable 4 2 gain 5 block deal 6 damage gain 5 block gain 5 block justice fist und dann haue ich noch mal da drauf One, two chickens! Yeah! Select a card. Deal 13 damage. Apply two stacks of weak. Deal four damage to all enemies. Apply one stack of vulnerable. Get one duplicates of attack or talent card in hand. Brute force? Ich finde diese Brute Force schon geil, die Brute Force ist auf jeden Fall interessant, das andere mit dem Kopieren wäre auch nicht schlecht gewesen. Ah, ich kann dir noch Folter hinzubekommen. Was geht's hier? Okay, was hat... Every blessing is carefully prepared by me, so you need to exchange it with previous beliefs. Okay, wie komme ich dahin jetzt wieder zurück? Nein, 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 das wollte ich jetzt glaube ich nicht haben. Dann komme ich wieder raus. Das war jetzt nicht das, was ich haben wollte. Ach, hier unten kann ich zurück, da unten. So, alles klar. So, ich denke mal es geht einfach hier weiter. Return to my position. Meine Nacht. Shake the elbows. Was passiert dann? Ah! Ah, okay, dann gehe ich mal hier wo uns. Wer würde ich sagen? Dann gehen wir doch mal hier weiter, oder? Ja. Hm. Glücklich! Dann habe ich mir eine Karte jetzt hinzugekommen, ne? Scarlet Harvest. Deal 4 damage to all enemies. Restore 4 damage. Deal 4 damage. Exhaust. Cool. Nice. Das ist echt interessant, irgendwie. Jetzt kann ich mich wieder entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich will da hoch. Try this one! Aha! Hard choice. Read the description carefully, maybe you can get some hints. You meet a group of black ball-like elves. They dance and walk through the place, collecting a variety of shiny small pieces. When they found you, a group of elves gathered together, as if looking forward to something. Offer. Get correspondent. Award varies on item you. Offer. Okay. Also ich biete denen jetzt irgendwas an und krieg dafür was zurück. Ja. Würde ich mal sagen, so ein Strike, oder? Neuer Mail davon. Biete ich den an und nothing happens. The elves are reluctant to talk to you. Disappointed. Okay, also die Karten, die ich denen angeboten habe, haben denen natürlich nicht gefallen. Ich meine, das ist auch eine meiner schlechtesten. So, jetzt muss ich mich entscheiden, was pass... Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal gerade was weiter, oder? Ja. Da seems to be a mysterious businessman. Do you want to go over and check? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Cool stuff to survive. Anything interesting, Meow? Oh. Wow. 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 Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Das finde ich sieht ziemlich nice aus, ne? Charme, ne? Ja, jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass das ein Excellent Choice ist Ja, weiter geht Kann man da schon was sehen Hier gibt es so Fäden, vor allem wenn ich da weiter gehe Oh, jetzt muss ich kämpfen, oh, gegen zwei Stück muss ich kämpfen Erstmal mache ich das bei dem Jetzt kann ich nichts mehr machen New turn Ich gebe jede Runde komplett neue Karten Okay, ist gar Oh, das ist natürlich geil, ne? Bam Ah, vielleicht ist das besser gewesen, wenn ich das gemacht hätte Naja, den habe ich auf jeden Fall gleich schon mal down Okay, ähm Justice Fist Was ist das nochmal? 8 Damage Ja, das brauche ich ja bei dem jetzt hier mal nichts zu machen Da reicht ja auch gleich Karte, deal 6 Damage Dann ist der schon mal down So, jetzt gibt es noch den einen Wolf da oben So, jetzt gibt es noch den einen Wolf da oben So, weiter geht's So, weiter geht's So, weiter geht's Ähm Eine 1 Okay Keine Ahnung, ich gehe da hin lang Keine Ahnung, ich gehe da hin lang Paddle Start Paddle Start Jetzt haben wir wieder so einen Kampf, wie der eben gerade Aber diesmal Was ist das hier? So, und jetzt bin ich fertig Dann habe ich jetzt schon gleich noch Die sind ziemlich down Hier In der Turn Lein Lein Und die Verlieben Ich mache nochmal kurz den Block hier In der nächsten Runde habe ich den dann wahrscheinlich down Und Auf jeden Fall nice 6 Damage Brute Force 13 Damage Damit ist er da Jaaa Das ist der nächste Fahrt Das ist natürlich auch geil Das ist natürlich auch geil So Mal wie es weiter geht Du hörst A strange sound A strange sound Like metal friction Is that a monster Or a treasure chest In any case You see the magic shining inside Hmmm Wir probieren es Wir probieren es Crank Auch Ah The chest closes instantly Ich habe keine Ahnung wo ich jetzt hier lang gehe Wahrscheinlich bin ich bald hoch Ich darf unterkommen Jetzt habe ich den nächsten kam Verdammt Ähm 9 Damage 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 Stryke gibt doch 6 Schaden, 6 Schaden, das müssen wir jetzt leisten oder ja? Damit habe ich den. Oh mein Gott, ich finde Schaden ey. Stryke. Stryke. Defend. Und shred. Ich muss es so machen. Jetzt habe ich den auf jeden Fall down. Das sieht gut aus. So weiter. Ja. Das ist gut. Oh, was ist das jetzt hier? Okay. 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 So sore. So. Okay. So. Okay. 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 Yes. Okay. Okay. ular. 13 Damage, damit ist der down. 13 Damage geht nicht mehr. Also werde ich jetzt nochmal verteidigen. Ich habe keine Ahnung wie es für heute geht. Oh, ein Hase. So. Ich habe keine Ahnung was ich jetzt hier gemacht habe. Ich hoffe das es gut war. Gleich muss ich den down haben. Ich verteidige. 9 Damage. 10 Damage. 10 Damage. 10 Damage. 10 Damage. 11 Damage. Was würdest du schon noch eigentlich haben? Ja. So, einen Wurf machen wir noch und dann machen wir mal den Schluss, machen wir mal einen Cut, weil ich keine Ahnung habe, wie lange das Ding hier noch geht. Das Spiel. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega nice. Wenn es euch gefällt, dann lasst mal ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ich muss erst mal ein Verteidiger mal nehmen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch ein neues Spiel vorstelle. Oder das hier auf 30 Bluff. Und wir machen hier Rampage. Noch 10 da. Oder das hier nochmal spießen. Guck ich hab ja noch. Mach ich nochmal Defend. Okay. Eber 2. Ob die nicht viel anrichten bei mir. Hier Justice Fist. So. Justice Fist macht 8. Eigentlich reicht das hier nicht. Reicht nicht. Machen wir das erstmal so. Also das gibt es doch nicht. Machen wir den da. Den da. Ja. Schöne. Ok. Jetzt ist der eine ist zumindest schon mal da. Jetzt wurde fast meine ganzen Karten dafür vorgelegt. Deuter Turn. Und Strike. Noch ein Strike. Verteidigung. Ja, damit ist da auf. Mushroom Junger Brother. es geht noch ziemlich lange ab bis wir da hinten sind ok ja das wäre jetzt noch ein ganz schön preis soweit ist es glaube ich nicht mehr der ist besoffen ich meine es ist mir nicht weiß ich weiß ich will ja noch möglichkeit das ding ist ohne schaden bestehen viele möglichkeiten habe ich oh mein gott ich bin gleich tot nein 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 Jetzt bin ich gleich tot, oder? Oh mein Gott. Den habe ich noch besiegt, aber... Ah, Armored Potion. Oh mein Gott. Das werde ich nicht überleben, so wie es aussieht. Was gibt's hier? Im Shopping. Oh, das ist stark. Ich weiß, I know. So. Ja, du wünschst gleich schon, wann ich es rein krieg, oder? No more rest? Okay. Jetzt bin ich schon da. Jetzt schauen wir mal. Das ist der finale Gegner hier und ich habe nicht viel Leben. Ich habe natürlich keine Ahnung, was mich hier erwartet. Das ist der finale Gegner. Oh, jetzt ist es stark. Oh, jetzt ist es stark. Oh, jetzt kann ich jetzt nicht mehr. Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot. Oder? Okay. Okay. Das würde ich schon viel davon machen. Oh Gott. Das kann ich nicht bringen. Ich muss erst mal das hier machen. 30. 30. 30 Block. 30 Block. Alter. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist echt nicht gut. 90 Leben hat er noch. Was ist das denn? Was kann ich veräppeln jetzt hier? So, jetzt müssen wir hoffen, dass ich das wahr überlebe. Oh mein Gott! Was ist das denn? Also erstmal das hier und dann sind schon mal zwei Stück. Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich muss jetzt wirklich gehen. Alter, hoffentlich überlebe ich das. Hoffentlich überlebe ich das. Das ist gut. Das ist auch gut. Jetzt müsste ich ihn haben. Jawohl! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! So, wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst mal einen Like da schreibt, was die Kommentare wenn ich euch wieder ein neues Spiel vorstelle oder eben das hier weiter spielen. Macht's gut! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Jevi euch hier ein Julie-Gro호. Dir ! nadie ist quê?